Ja, guten Morgen, beziehungsweise guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hier hört. Wir machen heute, wir grüßen euch alle Abwasserhelden da draußen und wir machen heute die erste Frühmorgensaufzeichnung. Das ist echt eine Premiere, ne? Ja, guten Morgen an alle. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht und alles, was heute schief läuft, liegt daran, dass wir noch nichts getrunken haben, noch keinen Kaffee, beziehungsweise ich habe jetzt gerade meinen ersten Kaffee hier in der Hand. Ich auch übrigens. Guck mal, was bei mir draufsteht. I love football. Hey, I love football. I love football too. Obwohl, naja, meine Buccaneers haben letzte Woche wieder verloren. Egal. Ihr hört das ja vielleicht, dass unsere Stimmen noch ganz belegt sind, weil wir jetzt die ersten Wörter mit euch direkt am Morgen austauschen. Das hört man bei Klaus besonders. Ich bin halt schon ein bisschen länger wach, ne Klaus? Ich bin halt ein Producer. Nein, Quatsch. Okay, okay. Aber ich unterhalte mich einfach mit mir selber, weißt? Deswegen ist meine Stimme schon geölt. Alles klar. Dann fühlst du nachts so viele Selbstgespräche, okay? Ja, okay. Nee, ich habe eine andere Frage wegen Nachts und Träumen, Nachtschlafen und so weiter. Kennst du diese, es gibt immer so einen Schlafwandler, der auf manchen Häusern draufsteht. Ist das eigentlich ein Symbol, dass da Schlafwandler wohnen? Hast du das schon mal gesehen? Noch nie. Hä? So eine Figur? Ich habe noch nie das gesehen, dass auf dem Haus ein Schlafwandler steht. Doch, du kennst ja auch einen Gockel, der oben draufsteht, bei manchen Häusern, oder? Ja. Und da gibt es auch manchmal so eine Schlafwandler, die dann so stehen. Oh, das muss ich jetzt mal kurz sagen, Gockel, wo du sagst, wir haben hier einen neuen Toni. Ich weiß nicht, wer keine Kinder hat, kennt das. So eine kleine Box, wo du so oben so eine Figur draufstehst und dann spielt ihr ein Lied ab. Ist auf der Figur gespeichert, ne? Und das neueste Lied ist immer, und das Hähnchen macht kikiri kiki, jeden Morgen schon ganz früh. Und das ist jetzt voll mein, mein Ohrwurm. Oh, ey, jeden Morgen. Lisa stellt das immer auf diesen Toni drauf und dann ist der Morgen, geht der Morgen los, ne? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, aber naja, so ist das manchmal. Aber vielleicht könnt ihr uns da vielleicht mal ein Feedback geben, ne, ob das wirklich Schlafwandler sind dann, die da wohnen. Ich poste mal ein Bild, falls ich mal sowas wieder sehe. Ja, poste mal ein Schlafwandler. Also ich habe es noch nie gesehen. Wenn ich jetzt da dran vorbeifahre, mache ich eine Vollbremsung und mache ein Foto. Daniel, Feedback ist ein gutes Stichwort. Wir sind ja jetzt, kam eine kleine Pause gehabt mit Aufnahmen, aber wir nehmen heute gleich zwei Folgen für euch auf. Und Montag noch eine und nächste Woche Donnerstag noch eine. Also wir werden euch vor Weihnachten noch mindestens eine Woche, eine Folge pro Woche präsentieren dürfen, können. Und da sind auch wirklich spannende Sachen dabei. Und ihr habt ja auch viele spannende Sachen auf unserem Instagram-Kanal uns geschrieben, beziehungsweise persönliche Nachrichten uns geschrieben. Und das war wieder echt motivierend. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt übrigens, Daniel, wir haben jetzt 230, fast 230 Follower, 228 Follower. Und ja, da kamen viele positive Nachrichten. Hey, wir hören euch ständig. Und die Stadtanbesserung Dresden folgt uns jetzt übrigens. Cool. Ich habe mal auf die Zahlen geguckt, ne. Ich bin ja so ein Zahlenmensch auch nebenbei vielleicht ein bisschen. Und unsere Zuhörer, also wir wachsen, ne. Wir sind jetzt mittlerweile ungefähr bei 130, 140 Zuhörern pro Woche. Das ist echt schon, also uns überrascht das immer mehr, ne. Auch wenn das natürlich irgendwie ein Randbereich, ein Themenbereich ist, der nicht so populär ist wie die ganzen gängigen Podcasts, wie gemischtes Hack oder sowas. Da werden wir auch nie hinkommen. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber wir sind schon stolz darauf, ne, mit uns oder mit der Community zu wachsen, ne. Auch gerade hier in diesem Bereich. Und da auch junge Leute, ältere Leute. Ja. Lest dir was vor. Pass auf, einer hat uns geschrieben, der, der es jetzt ist, der wird das wissen, hat geschrieben. Hey, danke, hab mich durch euch noch einmal mehr animiert geführt, noch was zum Thema Social Media zu machen. Bin Hörer erster Stunde und hab es leider durch Meisterschule und andere Dinge vernachlässigt. Höre gerade alle Folgen nach. Perfekt neben der Arbeit bei der Schlammentwässerung oder daheim auf der Baustelle. Wahrscheinlich baut er gerade auch ein junger Kerl, keine Ahnung. Ähm, ich lese mal nicht weiter, aber wer, ähm, wer jetzt, äh, das weiß, du bist der Hörer, du weißt, wer du bist, hat mich gefreut. Es hat uns, solche Sachen animieren uns, wenn ihr jetzt uns mal schreibt, äh, was euch gefällt, aber auch, was euch nicht gefällt, äh, was man anders machen kann. Also an euch Abfallerhelden da draußen, schöne Grüße. Ja, und, ähm, deswegen machen wir heute weiter. Lassen wir wieder vorangehen und für euch wieder producen, ne. Auf jeden Fall. Was immer ganz wichtig, guck mal, wir sind heiß, ne, man merkt das richtig, oder, Klaus? Ey, wenn man morgens aufnimmt, ne, ist man noch ganz anders, noch mehr motiviert, ne, als schon am Nachmittag, oder? Das ist so, man ist heiß. Mehr motiviert als sowieso schon. Daniel ist ein richtiger Motivationsbolzen. Wir haben auch gerade noch, wir haben gerade noch was, was, äh, müssen so ein bisschen Cross-Promotion machen. Wir haben gerade noch für die DWA die Mitgliederumfrage ausgefüllt. Also, wer alles von euch DWA-Mitglied ist, macht es, schreibt da rein. Ein knallharte Kritik an die DWA, aber auch Lob kann man auch reinschreiben. Ähm, und natürlich dann auch ein bisschen so Feedback geben, was, was kann man besser machen, wo nutzt ihr viel? Das hilft der DWA, dass die auch noch ein bisschen besser werden, digitaler und schneller und mitgliederfreundlicher. Und, ja, findet ihr, die Umfrage findet ihr bei, ähm, ja, unter Mitgliederumfrage bei dwa.de und dann Mitgliederumfrage. Also genau, der Link ist umfragen.dwa.de. Ja, oder so, genau. Und dann kriegt ihr einen Link, könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Dürft ihr natürlich nicht so lange überlegen wie ich. Ich musste es zweimal ausfüllen, weil sie abgelaufen sind. Jetzt ist von Klaus das Internet weg. Jetzt ist ein Standbild, jetzt ist er wieder da. Ah, ich war kurz weg, okay. Also du musst es zweimal ausfüllen, danach bist du gestiegen, ihr Lieben. Genau, so wie jetzt auch mein Internet kurz. Erzähl das doch alles nochmal zweimal. Ja, ja, nee, lieber nicht. Also, füllt das mal mit aus. Und, ja, dann können wir auch heute mal zum Thema kommen. Daniel, was haben wir heute für ein Thema? Erzähl mal. Ja, wir begrüßen gleich einen Gast. Der kommt mit dazu, der ist auch ein Frühaufsteher, so wie es scheint. Das ist der Deckelkalle, richtig? Genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Stadtinwässerung Dresden folgt uns. Und da hatte ich mit denen kurz geschrieben, ey, cool, dass ihr auch dabei seid. Was für eine Ehre, dass ihr uns folgt und so bei Instagram. Und dann hat eine Anja, hat uns dann zurückgeschrieben von der Stadtinwässerung. Ja, Mensch, wir haben euch gerade entdeckt und so. Und wir sind ja auch ganz stolz bei Instagram auf unseren Deckelkalle. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ach so, wer ist denn das? Und dann habe ich mich erinnert an einen Kollegen dort, den Daniel Kallweit. Den kannte ich schon so flüchtig. Und dann habe ich einfach mal geguckt, der hat 1200 Follower. Und sogar, wir folgen ihm sogar und ich selber auch. Weil der postet immer so Bilder von Schachdeckeln bei Instagram. Und da habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, ob er das auch wirklich ist, was ich dachte, dass er ist. Und ob er nicht mehr bei uns auftreten will und uns über Schachdeckel sprechen will. Ja, das machen wir heute dann jetzt. Cool. Allgemein so, Klaus, vielleicht kannst du mal erzählen. Hatten wir schon das Thema, also was haben wir eigentlich jetzt in der Kategorie ab, was er einfach geklärt? Schacht. Schacht, das unbekannte Wesen. Ich fand die Überschrift, die habe ich mal irgendwo gelesen, die fand ich irgendwie beeindruckend. Also ich glaube, der normale Bürger, der weiß ja gar nicht, der sagt ja Gulli erstmal dazu. Da habe ich erstmal bei Wikipedia geguckt, was Gulli überhaupt ist. Es gibt so viele Wörter dafür. Das komischste ist in Bremen, da heißen diese Straßenabläufe Rostenkasten. Rostenkasten? Auf jeden Fall habe ich Gulli mal gegoogelt und habe dann einfach bei Wikipedia reingeschaut. Ich sage euch mal die drei Einträge, die da stehen. Gulli.com, Internetportal, keine Ahnung, was das ist. Gulli, es gibt ein Gulli als Ort, Dorf in der Republik Dagestan, Russland. Also, Grüße raus nach Gulli. Und dann gibt es noch einen französischen Fernsehsender, der auch Gulli heißt. Ja, ich kenne Gulli eigentlich, das erste Mal, als ich mit Gulli konfrontiert wurde, war das Gulli vs. Reisen, aber das ist wahrscheinlich was anderes. Naja, okay. Daniel, brechen wir das ab und holen wir unseren Gast dazu, oder? Na klar. Ja, also, jetzt haben wir unseren Gast für heute dabei. Ich hatte ja schon erzählt, Deckelkalle haben wir uns eingeladen und haben erstmal rausgefunden, wer das ist. Und zwar ist das der Daniel Kallweit von der Dresdner Stadtentwässerung. Daniel, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, wie wir vielleicht so zusammengekommen sind. Und, ja, was so dein Thema ist. Ja, guten Morgen. Doch etwas zeitig heute. Wahrscheinlich der zeitigste Podcast von euch, den er bisher gemacht hat. So sieht es aus. Ja, also, ich habe mich schon fast vom Namen her vorgestellt. Also, ich bin seit 1997 bei der Stadtentwässerung Dresden. Ich habe da als Kanalarbeiter angefangen damals. Ganz klassische Lehre, drei Jahre. Und bin dann über einige Jahre im Netz, in der Netztätigkeit dann, waren immer höhere Aufgaben rangeführt worden. Und habe mich dann irgendwann auch entschlossen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass ich mich nochmal auf die Schulbank setze zum Studium. Dann nochmal Wasserferne Entsorgungstechnik studiert. Und bin dann seit 2006 als Bauleiter wieder eingestellt worden bei der Stadtentwässerung. Ich mache so ganz klassische Kanalbaumaßnahmen, Straßentiefbaumaßnahmen, das ganz klassische Tagesgeschäft. Und wie gesagt, mein Streckenpferd, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist so die Schachtdeckelsanierung im Haupt- und Bundesstraßenbereich, im gesamten Stadtgebiet. Das heißt, wer, Daniel? Ich habe mal eine Frage, ne? Wie alt bist du jetzt eigentlich? Weil du, also du wirkst jetzt nicht so, als wenn du schon Ende 30 bist. Also, du müsstest ja jetzt nach der Historie Ende 30 sein. Wirkst ja, weiß ich nicht, wie wirkst ja jünger als ich und Klaus, ne? Entweder, weil du das Frühaufstehen gewohnt bist. Erzähl doch mal, wie alt du bist vielleicht. Ich habe jetzt ganz frisch eine Vierter vorstehen. Ach, wirklich? Mein herzlichsten Glückwunsch noch? Das ist, ja, krass. Sorry. Du, ich sehe so aus, aber ich bin noch nicht 40, aber... Ich habe mir schon so ein bisschen das gedacht, weil du hattest ja auch gesagt, dass du unseren Beider-Chef kennst, den Axel Bohatsch. Und den kennst du wahrscheinlich schon länger, als ich bei Unitechnik jetzt bin. Okay. Und wir haben uns so nebenbei schon mal am Rande schon mal gesehen. Also, vom Gesicht her bist du mir ein Begriff. Und ich habe dich auch schon mal auf so einer... Du hältst ja auch so Vorträge über Schachdeckel. Und das ist ja wirklich so ein Leidenschaftsthema für dich, ne? Wo du sagst, ja, da hast du dich rein spezialisiert, ne? Ja, die Vorträge, das habe ich so... Diese Leidenschaft habe ich in Berlin beim Studium entdeckt. Und im klassischen Kanal, da gibt es eigentlich nie mehr so diese klassischen Verlegefehler, so wie es früher gab. Das läuft alles super. Es gibt zwei Themen, wo man bei Abnahmen wirklich genau hinschauen muss. Das ist der fachgerechte Anschluss an den Kanal. Stutzen so kurz, so lang, einragend, etc. Falsches Materialgebiet. Und das andere leidische Thema ist nach vier, fünf Jahren Gewährleistungsende, dass die Schachdeckel dem Verkehrsbelastung nicht mehr standhalten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge im Kanal. Es gibt noch viele andere Dinge, wo man hinschauen muss. Aber das läuft in der Regel eigentlich alles ganz gut. Aber die zwei Dinge sind nach wie vor so die Hauptprobleme, wenn die Gewährleistung abgeladen ist. Jetzt bleiben wir mal kurz bei deinem Job bei der Stadtinvestition. Also du bist quasi Bauleiter und hast da auch noch ein Team unter dir? Oder wie läuft das? Fährst du dann raus, wenn eine Baustelle ist? Oder wie läuft das genau? Wir haben einmal eine große Investabteilung, die an Wofürkanal Neubau zuständig ist. Und ich bin in so einem Dreier oder mittlerweile ein Viererteam. Das ist wie so eine Art schnelle Eingreiftruppe, auch die bei Havarinen agiert. Wir kümmern uns um das Bestandsnetz. Wir bauen auch Kanäle neu und Schächte neu in Bauwerke, aber nicht so in dem Umfang wie unsere Investabteilung. Wir kümmern uns, also zum Beispiel, wenn irgendwo ein Deckschichtwechsel ist, dann tun wir ja nicht jedes Mal unseren Kanal neu bauen, sondern da müssen die Bauwerke angepasst werden. Da sind kleine Reparaturen durchzuführen, Stutzen, mal eine Haltung auszuwechseln oder mal eine Endstreckenverlängerung, zwei, drei Haltungen neu zu bauen. Das ist so unser Tagesgeschäft. Okay, und da fährst du dann raus und überwachst, dass die das richtig machen und sagst, keine Abnahme, ohne dass jemand von der Stadtentwässerung das gesehen hat? Oder wie läuft, muss man sich das vorstellen? Ich klinke mich da ganz zeitig schon mit ein. Also gerade beim Deckschichtwechsel ist es so, dass ja da durch den Asphaltaufbruch die Schachtdeckel mit beschädigt werden. Das machen die ja nicht mit der Ringseite, sondern mit einem schweren Aufbruchgerät. Und ganz viele Städte ist es so, dass da einfach neu asphaltiert wird. In Dresden läuft das ein bisschen strenger ab. Und da schaue ich mir vor dem Straßenbau, öffne ich den Schacht, tue mir den ganzen Schacht erstmal anschauen, hole mir alle Maße, die ich brauche. Dann setze ich mich mit dem Planer in Verbindung, hole mir die künftigen Deckelhöhen und dann fange ich an, das Bauwerk an die neue Höhe anzupassen oder umzubauen. Das heißt, es werden neue Schachtringe eingebaut oder komplett der Konus runter, ein neuer Konus drauf? Genau, wir haben eines der ältesten Netze von Deutschland. Und da sind viele Schächte, die nicht den heutigen Norm entsprechen. Die sind alle noch tipptopp vom Zustand her. Wenn sie nicht tipptopp sind, dann werden sie erneuert. Aber dieser historischen Maße mit den heutigen Bauteilen anzupassen, ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Und nochmal zu unserem Team. Wir sind so ein Vier-Mann-Team. Der eine ist für die Liner-Sanierung zuständig, der andere für die offene Bauweise am Kanal. Mein Spezialgebiet sind wirklich die Schächte-Sonderbauwerke. Und dann haben wir noch einen vierten Kollegen für die Anschlusskanäle. Okay. Also das hört man ja immer wieder, dass das Probleme macht im Kanalbau, wenn man da nicht richtig drauf achtet, was man da gebaut bekommt und seine Baufirmen dort nicht wirklich auch nah bei sich hat sozusagen und keine Fachleute dort hat, dass man dann... Also ich kenne zum Beispiel bei Schachdeckeln das, ich bin ja viel in Bayern und Baden-Württemberg unterwegs. Ich weiß nicht, wie das in kleineren Gemeinden. Da hat man halt nicht so jemanden wie dich, der es überwacht. Und dann habe ich nur gehört immer, dass man zum Beispiel diese Regulierung von Schachdeckeln... Also es wird ja dann gebaut, das Bauwerk, und dann wird der Schachdeckel irgendwie... Also wird die neue Straßendecke drauf gemacht. Deckschichtwechsel hast du das gerade genannt. Dann muss ja der Schachdeckel auf die Straßenebene angehoben werden oder gesenkt werden. Und da werden dann oft so Keile untergelegt und dann macht man den Schachdeckel dann auf und dann legen die immer noch drin, dieses Provisorium. Also das sehe ich ganz oft. Da sprichst du gerade ein ganz, ganz heikles Thema an, das mit diesen Holzkeilen. Es gibt auch Fliesenstückchen, Betonkrümel, Kieselsteine. Ich habe da auch schon Fahrradschläuche und was weiß ich nicht. Also ich habe alles gesehen, mit was man eine Schachtabdeckung auf Höhe bringen kann. Aber gerade wegen den Holzkeilen hat man schon die Staatsanwaltschaft im Büro. Das heißt, weil, was passiert dann, wenn jetzt da ein Holzkeil benutzt wird? Oder was ist daran schlimm? Das ist so die alte Generation, die das so bis in den 90er Jahren noch betrieben hat. Und die haben das nicht anders gelernt. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, mal in den Ausbildungsstätten, den Ausbildern über die Schulter zu schauen. Bei den Tiefbauern, bei den Pflasterern. Und bin ich mal hin zu den Ausbildern. Da haben die gerade eine Schachtabdeckung gesetzt. Und das schön drumherum geflastert, absolut top. Und dann habe ich gesagt, mach mal bitte den Deckel auf. Und da war natürlich nur in Sand eingedreht. Bin ich dann zu dem Ausbilder hin, wo eigentlich alle Straßenbauer hier in der Region durchlaufen. Wenn du die nur in Sand eindreht, so lernt die das nie. Das kostet uns jedes Mal 80, 90 Euro, hier so einen Deckel neu zu besorgen. Das können wir nicht machen. Aber das funktioniert nicht so. Weil wir schlafen alle durch. Es gibt nirgendwo in Deutschland, dieses Thema bei einer Ausbildung, wie der Schachtdeckel fachgerecht gesetzt wird. Da gibt es keinen Beruf. Nehmen wir beim Tiefbau aus, das ist mit dabei. Das ist ja krass. Vielleicht kannst du einmal für die jüngeren Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, wie so ein Schachtdeckel gesetzt wird, einfach mal erklären, wie das vollstatten geht. Man muss das noch ein bisschen weiterspinnen. Ich würde das sogar eher, für was für einen Anwendungsfall wählt man die Schachtabdeckung aus? Es gibt ja Hersteller, die haben in einem Katalog 300, 400 Schachtabdeckungen im Sortiment. Und was wählt man da aus, für welchen Anwendungsfall? Das ist so ähnlich wie der Schuh. Wenn ich jetzt, Daniel hat tausend Schuhe zu Hause vielleicht im Schrank. Ich weiß ja nicht, ob er so Schuhliebling ist. Aber es ist so ähnlich wie, das ist ja das Einzige, was der Bürger wirklich sieht von unserem Kanal. Das ist ja wirklich so. Oder? Das hast du ganz gut erkannt. Jeder hat ja auf seinem Arbeitsweg irgendeine Tretmine liegen, die ihn schon seit Jahren stört, wo er durchholpert oder nachts nicht schlafen kann, weil es Lärmgeräusche verursacht. Das ist das, was der Bürger sieht. Mehr sieht er nicht vom Kanal. Und wenn das einen schlechten Eindruck macht, dann wirft er so eine schlechte Sicht auf das ganze Unternehmen. Das ist tatsächlich so. Das ist ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit, was du da betreibst, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich habe übrigens deinen Chef mal angesprochen, ob er Deckelkalle kennt. Nur jetzt so zwischendurch, weil du so Öffentlichkeitsarbeit sagst, ne? Die Anja von euch, die kann, ich weiß nicht, ob du jetzt rausgefunden hast, wer Anja ist. Schöne Grüße, Anja, wenn du dich hörst. Ja, ich habe zu bedanken, dass mein Wecker um vier kurz nach vier geklingelt hat. Hast du dich hoffentlich bedankt bei ihr und nicht geschimpft? Das ist auch ausgiebig. Die empfehle ich für eine Tagung mit 600 Zuschauern. Da kann sie sich schon freuen drauf. Nee, aber nur mal zur Info. Also dein Chef wusste nicht, wer Deckelkalle ist. Und dann haben wir das gezeigt in der Runde mal, was du da machst. Und da waren die alle ganz schön beeindruckt. Was da so bei Instagram, ah, tausend Follower. Die wussten natürlich nicht, ob das viel ist oder wenig ist. Aber die haben die Wilder mal so angeschaut. Ach, das wussten wir ja auch noch nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob du schon mal drauf angesprochen wurdest jetzt drauf. Aber ich wurde drauf angesprochen. Den Spitznamen habe ich auch ja von einem Kollegen im Nachbarbüro bekommen vor zig Jahren. Fand das gar nicht so toll. Aber mittlerweile sage ich, also den Spitznamen muss man sich erst mal erarbeiten. Das ist so. Das ist so. Das kann man ja auch abwertend sagen. So was Deckelkalle. Komm du mit deinen Schachdeckeln sozusagen. Aber es ist halt wirklich ein Thema, wo man, naja. Aber Daniel wollte wissen, wie man einen Schachdeckel einbaut. Entschuldigung. Es geht erstmal darum, dass man überhaupt, wie gesagt, kommen wir auf den Vorgehenspunkt zurück. Was wählt man für einen Deckel aus? Das sind ein paar Dienwohnen zu beachten. Im Straßenbereich ist ja die Klasse D400. Und es gibt ja die Belastungsklassen A15 für, das sagt man so, das ist eher mehr für den Privatbereich. Nichts für den öffentlichen Bereich, auch nicht für Gehwege, würde ich das empfehlen. Dann gibt es halt die Klasse B125, 12,5 dann Achslast. Danach kommt die Klasse, ich glaube, das ist die C250. Das ist mehr so für Gerinner neben Bordstein. Dann kommt man schon zu der Klasse D400, die uns heute beschäftigt. Das ist die im Straßenbereich. Danach gibt es noch für Hafeneinlagen die E600. Und für Verflugsbetriebsflächen die F900. Das ist alles nicht der Bereich. Alles richtig. Das ist die DIN EN 124. Ich hatte das mal recherchiert. Krass, dass du das alles auswendig kennst. Ich habe das hier mal, ich tue mal den Link mit in die Links rein. Ich habe hier von Akko mal einen Link rausgesucht. Und das stimmt alles, was du gesagt hast. Und die A15, das steht für die Achslast, ja, immer. Also Tonnenachslast oder? Genau, gerade bei der A5 ist in Deutschland sehr weit verbreitet die Gürtelabdeckung. Und das ist die, wenn die im öffentlichen Bereich irgendwo eingebaut wird. Die macht ganz große Probleme. Die ist, finde ich, fast gar nicht im öffentlichen Bereich einsetzbar. Auch nicht für selten befahrene Flächen. Da knackt der Deckel sofort durch. Das ist einer der billigsten Deckel. Der kostet so zwischen 25 und 35 Euro. Da tut man sich auch im Privatgrundstück nichts Gutes, wenn man sowas einbaut. Aber das wissen natürlich viele nicht. Die ist auch wirklich nur geregelt, dass sie nur begehbar ist. Es steht hier auch, die Flächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden. Das Problem ist halt, wenn man einmal nicht ein Fußgänger ist, sondern ein Pkw, dann ist er halt gleich kaputt wahrscheinlich. Da kann es immer passieren, dass man ein Pkw fährt. Ja, habe ich auch gehört. Und die DIN EN 124, die regelt man einfach so die Mindestanforderung. Absoluter Standard. Und die wurde 2015 auch ein bisschen aufgeweicht. Hat sehr zu Unmut in der Branche geführt. Und da wurden halt noch, da gibt es noch die zusätzlichen Normen. Zum Beispiel die DIN 1229, da wird die Masse geregelt des Schachdeckels. Das ist, dass der mindestens so 87,7 Kilo wiegt. Krass, das weiß der alles auswendig. Stimmt, steht hier auch. Und die DIN 1584, das sind noch mal genauere Regeln festgelegt, dass zum Beispiel der Rahmen und der Deckel so ungefähr 176 Kilo wiegen muss. Und dass jeder Hersteller auch die Deckel untereinander tauschen kann, gerade im Haurierfall. Da kann man sich nicht noch von einem bestimmten Hersteller eine Schachdeckelart hinlegen. Das muss alles untereinander austauschbar sein. In der Praxis ist das dann nicht immer ganz so perfekt. Da steht er mal fünf Millimeter über oder so, wenn man dann einen anderen Hersteller nimmt. An der Regel passt das schon. Und ganz wichtig ist für uns eigentlich das RAL-Gütezeichen. Oh Gott, wie heißt das nochmal? Den Augenblick. Das RAL-Gütezeichen 692. Das hat nochmal ganz spezielle Anforderungen an so Sicherheitsanforderungen. Zum Beispiel in der DIN EN 124 ist zum Beispiel das mit dem Frosthaushaltswechsel bei Betonabdeckung nicht geregelt. Da gibt es keinen Richtwert, wo man sich daran halten kann. Die dämpfende Einlage, wie weit die sich verformen darf beim Überfahren, ist nicht geregelt. Und ganz so viele kleine Schreifen. Ich bin nicht mehr so der Paragrafenreiter, wie ich vielleicht früher war zu meinen Anfangszeiten. Wenn man sich nur daran festhält, da kommt man auch nicht weiter. Aber das sind so zumindest Dinge, die man bei einer Auswahl einer Schachtabdeckung mit beachten sollte. Und dann geht es schon los. Aber es ist krass, wie viel da wirklich geregelt ist. Und was an so einem banalen Teil wie so einer Schachtabdeckung, wie man denkt so als Laie, doch auch wichtig ist zu beachten. Das ist richtig, ja. Wie sind bei euch die Regelungen? Welche Schachtdeckel setzt ihr wo ein? Also wir haben die A15-Klasse bei uns aus unserem internen Regelwerk vollständig entfernt. Wir sind wirklich nur die B-Klasse und die D-Klasse ist bei uns angewandt. Nichts anderes mehr. Und da braucht man auch keine Deckel mit Scharnierer zum Aufklappen. Es muss eine doppelte Einlage, also eine Gummyeinlage im Deckel und im Rahmen sein. Das verhindert den zeitlichen Verschleiß. Und manchmal halten ja Deckel wirklich sehr lange, wenn sie fachberecht gesetzt sind. Aber dann tut sich der Deckel in den Rahmen einarbeiten, weil die Gummyeinlage verschleißt. Kein Mensch kann das selber wechseln. Das wird mit Maschinen reingepresst oder mit speziellen Klebern gemacht. Da stellt man sich nie auf die Straße und wechselt dann die Gummyeinlage. Das ist viel zu aufwendig und zu langwierig. Da wechselt man mal den Deckel. Aber wenn der Rahmen an sich verschlissen ist, wird er immer zu tief bleiben. Okay, jetzt, wie setzen wir einen Deckel? Ja, also es gibt die zwei Arten von Schachtabdeckung, die die selbst nevieren oder einwalzbaren, die wirklich nur an der Deckschicht aufgelegt werden und dann von der Walze festgefahren werden. Die habe ich seit, sagen wir mal, drei Jahren in Dresden verboten. Wir haben davon tausende Stück eingebaut. Es gibt erstens kaum noch Unternehmen, die diese fachgerecht setzen können. Gerade auch die Splitt-Mastix-Belege, also mit so einer Elferkörnung in der Deckschicht, die machen mit diesen Abdeckungen Probleme. Das ist eine gute Sache gewesen. Wir halten auch, wenn sie fachgerecht eingebaut sind, deutlich länger als diese ganzen klassischen Standarddeckel. Aber da ist ganz viel zu beachten. Man muss sie mit jeder Asphaltschicht mitnehmen und neu verdichten. Das macht schon kaum eine Firma. Da muss man spezielle Eindauhilfen verwenden. Jeder Hersteller hat einen anderen Durchmesser. Das ist alles eine Katastrophe. Das Ganze dem Polier auf der Baustelle nicht zumuten. Der weiß ja nicht, was er bekommt. In jeder Stadt hat er eine andere Macke mit ihren Kanaldeckeln und andere Richtlinien. Und dort ist das Problem, am Ende der Lebenszeit fängt irgendwann mal an, auch die Deckschicht zu reißen. Und da diese Schachtabdeckung nur in der Deckschicht ist, kommt die irgendwann mal an. Wenn eine einweizbare Schachtabdeckung locker wird oder sich ablöst von der Deckschicht, dann ist sofort Gefahrenverzug. Vor allem wird das in Dresden der Fall. Dann entsteht entweder schon das Straßentiefbauamt vor Ort oder die Polizei sperrt ab. Du musst sofort anfangen mit Sanieren. So ein klassischer Deckel, der zwei, drei Zentimeter absackt, der an Mörtel gesetzt wurde, da kannst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann gibt es die ganz klassischen Deckel, die in Fokusmörtel gesetzt werden. Wie gesagt, wird der Schacht mit dem Ausgleichsring auf Höhe gesetzt. Die Ausgleichsringe sind dazu da, den Deckel nochmal. Das Schachtbauwerk ist ja an sich ein starkes Bauwerk, was man nicht auf den letzten Millimeter bis Oberkante Straße anpassen kann. Dann gibt es die Ausgleichsringe. Die sind mit einer großen Schwachstelle. Ich sage immer, das ist Betonmüll. Die Ringe dazu, die sind keine große Qualität. Und jede Mörtelfuge unter dem Deckel ist wieder eine Schwachstelle. Und der Deckel muss halt in einen sehr hochwertigen Fokusmittel gesetzt werden. Ein Sack kann manchmal bis zu 35 Euro kosten. Wenn du da vier, fünf Sack brauchst pro Schachtdeckel, dann ist das schon ein Kostenfaktor. Und da sind so ein bisschen ein paar Regeln zu beachten. Dass zum Beispiel, wie gesagt, die Holzkeile, Steine, Fliesen etc. nicht verwendet werden, sondern Justierzang. Der wird in einen Zang eingehangen, dass der über dem Ausgleichsring oder dem Konus schwebt. Und auf Höhe nivelliert wird durch diese Zang. Und dann wird er von innen ausgeschaltet oder von außen. Da müsste ich das mal anschauen. Vielleicht auch bei YouTube mal das anschauen, wie sowas gemacht wird. Es sind viele Fachwörter jetzt dabei gewesen, die wahrscheinlich der Laie sich gar nicht so vorstellen kann, wie das abläuft. Ich habe das einmal... Setzt einmal ein Video rein, ne? Kannst du mal einen Videolink reinsetzen davon. Es ist halt das Thema, man muss halt erst den Schacht haben, weil der ja größer ist als die Straße. Und irgendwann kommt dann die Deckschicht und dann muss ja der Schachtdeckel auf die Deckschicht dann erst angepasst werden, sodass er eben ist. Und das passiert halt dann hinterher erst. Und deswegen muss man es irgendwie von innen dann auf Höhe setzen, sozusagen. Kannst du das im Vorfeld auf Höhe setzen? Das ist manchmal auch nicht gut. Beim Binder und bei der Tragschicht muss dann der Fertiger aussetzen, das dann wieder Handeinbau, Qualitätsverschlechterung. Und du kannst dann zum Schluss ziehen. Aber ich sage immer, alles, was ziehbar ist, senkt sich auch wieder ab. Wie ist das denn bei euch? Macht ihr das vorher genau auf die Höhe und dann kommt die Deckschicht? Oder wie läuft das in Dresden? Es ist verschieden. Je nachdem, welche Asphaltschicht erneuert wird, so wird der Deckel gesetzt. In der Regel bei uns, bei Schachtabdeckung, wird alles im Vorfeld gesetzt. Nach dem Einbau der Binder und Tragschicht, da steht die so vier Zentimeter noch aus dem Asphalt raus und dann kommt die Decke drüber. Okay. Und das kann man dann so genau machen mit der Asphaltdecke, dass es genau abschließt, sozusagen. Genau. Also der Fertiger krabbelt dann so drüber, verdichtet das. Da passiert nichts. Da bleibt er auch nicht hängen oder so. Das passiert ganz fachgerecht. Ist sowieso ein spezielles Völkchen, die Schwarzdeckenfahrer. Wir waren ja mit den Produkten, die es so auf dem deutschen Markt gibt, überhaupt nicht zufrieden. Wieder mit den Einwaltsbahn-Schachtabdeckungen, noch mit diesen Standard-D400-Abdeckungen, die überall in Deutschland millionenfach verbaut sind. Und ich habe relativ schnell erkannt, dann ab 2006, als ich das Thema betreute, dass uns die Deckel hier in Dresden um die Ohren fliegen. Und egal, in welcher Stadt ich komme, mich begrüßen ja als erstes die Sehenswürdigkeit der Stadt, sondern irgendwo in zu tiefer Kanaldecke. Das kann nicht sein. Irgendwas ist ja vom Konstruktionsprinzip schon verkehrt, von diesen Schachtdecken. Das sind ja aus den 70er Jahren wurden die so langsam entwickelt, die Norm und diese Deckel, die man heute überall in den Straßen sieht. Das finde ich, mein Bauchfrau hat mir gesagt, das ist ein Konstruktionsfehler. Das sind ja so zylindrige Rahmen, glatt und wunderbar im Asphaltbau nach oben zu ziehen und zu untergießen. Aber so eine Fokus-Mörtelfuge hält auch nicht ewig. Generell die Mörtelfugen, kein gerechtes Mörtel ist auch nicht zugelassen. Wenn man das macht, dann hält es niemand die Gewährleistung stand. Ich habe mir irgendwann gedacht, wir haben viele historische Schachtdeckel, über 100 Jahre alte, die wir nie in der Sanierung unterziehen mussten. Wir haben ungefähr 45.000 Schächte in Dresden, öffentliche. Davon sind ungefähr noch 10.000 mit diesen historischen, über 100 Jahre alten Schachtdeckeln ausgestattet. Wie gesagt, mir fiel dann auf, egal was für eine Verkehrsbelastung in der Straße liegt, die Dinger, die sacken nicht nach unten weg. Irgendwann habe ich mir dann mal die Originalbaupläne von diesen Schachtabdeckungen besorgt. Da habe ich gesagt, warum bauen wir nicht einfach solche Schachtabdeckungen nach? Das ist das Nullplusultra, musst du nie sanieren. Wenn sie eingebaut sind, sind sie eingebaut und halten definitiv bis zum nächsten Straßenbau locker 20, 25 Jahre durch. Und diese Schachtabdeckung ja schon seit über 100 Jahren. Warum hat man das nicht gemacht? Ich meine, kurz vielleicht einzuschieben, man sieht ja vielleicht auch im Hintergrund bei dir stehen im Regal. Wenn man so rechts über deinen Kopf wegguckt auf dem Bild, Daniel, das du da gemacht hast. Das ist ja ein goldener Kanaldeckel, der bei dir steht. Du bist dafür auch mit deinem Kollegen ausgezeichnet worden, für diese Überlegungen sozusagen. Und ihr habt quasi dann wirklich das gemacht, oder? Einen eigenen Kanaldeckel entwickelt. Also unsere Vorgesetzten geben uns ja wirklich diesen Spielrahmen da auch mal abseits vom Tagesgeschäft mit Themen sich zu beschäftigen, die ihn vielleicht voranbringen. Da bin ich auch ganz dankbar, das ist ja nicht überall so. Und wir haben dann 2009, 2010 angefangen, einfach die Maße uns zu überlegen, wie muss so ein Deckel aussehen? Das muss ungefähr so ähnlich sein wie die historischen Deckel. Aber die kann man nie auf die heutigen Schachtbarteile setzen. Es gibt ja die Konusöffnung, also die Einstiegsöffnung mit 625 Millimeter oder 800 Millimeter. Und der historische Deckel ist wie so ein Kegel gebaut. Das heißt, hat einen schiefen Rahmen und einen sehr breiten Flansch unten, wie so ein L-Ram, wie so ein Kegel gemacht. Das bewirbt einen sehr hohen Anpressdruck vom Asphalt. Ja, und wenn wir von den 600er Öffnungen konisch nach oben gegangen wären, da wären die Deckel so klein geworden, dass wir nicht mehr hätten einsteigen können. Das wollten wir natürlich nicht. Also haben wir uns dann entschieden für die 800er Konen, für die 800er Einstiegsöffnung. Wenn man dann von da aus konisch nach oben geht, hat man einen ganz klassischen 600er Deckel, wie man ihn heutzutage auch vorfindet. Und im unteren Bereich ist er 800. Und das gibt ja die Stege vor. Wir haben dann noch zusätzlich acht Bolzen mit hinzugefügt, um den Deckel auf Höhe zu bringen. Da dachte man so, oh, die Straßenbauer, Asphaltbauer, das sind ja noch keine Feinmechaniker, das geht nach hinten los. Aber siehe da, das war genau die Erfolgsgeschichte, was das verstärkt hat, warum der Deckel in Dresden so beliebt ist. Weil dann kann der Polier oder der Straßenbauer den Wurm der Bauer auf die Höhe schrauben. Und diese Schrauben werden mit eingeschalt in den Mörtel und entlasten die Mörtelschuhe sozusagen. Und wir bauen jetzt seit 2011 ein, haben ungefähr so 1000. So wie zum Eisen im Stahlbeton, oder? So wie das, wie der Stahlbeton. Jetzt die ganze Mörtelfuge wird durch diese acht Edelstahlbolzen entlastet. Und wir haben jetzt 1500 Stück eingebaut. Wir haben bei uns ganz streng auch generell alle Deckel nach vier, fünf Jahren hingeschaut. Wir haben mal geöffnet, die Fugen werden ausgeleuchtet, etc. und untersucht. Und wir haben noch nie einen einzigen Schadensfall gehabt an diesen Deckeln. Also überall, wo die verbaut sind, da haben wir das, lösen wir uns von dieser Problematik der ständigen Deckelsanierung. Früher mussten wir alle sechs, acht oder zehn Jahre die Deckel sanieren. Wir haben im Jahr 600.000 Euro nur für die Deckelsanierung ausgegeben in Dresden. Völliger Irrsinn. So geht es aber jeder Stadt. Jedes Stadt hat aber, oder jede kleine Gemeinde hat das Budget dafür. Deswegen sieht es so aus. Es ist krass, dass man, aber jetzt, die erste Frage, die ich mir dann spontan stelle, ist, erstens, warum ist das ein Know-how verloren gegangen, wenn man früher die so gebaut hat und heute dann nicht mehr? Es geht schon bei der Gussqualität los. Die Gussqualität ist heutzutage nicht mal die wie vor 100 Jahren. Also die Deckel halten jetzt, vielleicht sagen wir mal, 25 Jahre. Davon gehe ich aus. Aber der Verschleiß wird viel höher sein als bei den historischen Abdeckungen. Okay. Hat Realeinsparung wahrscheinlich, ne? Man muss aber auch dazu sagen, in Deutschland waren 1960 ungefähr so 4,5 Millionen Pkw zugelassen. Mittlerweile sind wir bei 47 Millionen. Also das ist auch eine ganz andere Hausnummer. Die Lkw-Zulassung waren zu der Zeit da in den 60er Jahren so 700.000. Jetzt sind wir bei ungefähr so 3,5 Millionen Lkw. Dann noch die ganzen Anrainerstaaten mit ihrem Transitverkehr. Also was so eine Abdeckung überhaupt am Tag für eine Belastung aushalten muss. So Autobahnzubringer, 30.000, 40.000 Fahrzeuge, alle nehmen die ja mit zwei Achsen. Da haben wir nur die Lkw-Zulassung mit eingerechnet. Also wenn da so eine Decke 2, 3 Millimeter zu tief ist, dann geht das Schlag auf Schlag. Dann kriegt der Millionen Schläge im Jahr und irgendwann ist es dann hinüber. Ja, aber trotzdem, da haben die ja trotzdem dann früher irgendwie Abdeckungen gebaut, die schon damals wussten, die wussten wahrscheinlich damals schon, dass das viel mehr wird mit dem Verkehr und haben sie deswegen so gebaut. Aber warum machen das jetzt andere nicht? Also ich habe das jetzt bei euch schon mal gesehen, diese Abdeckung. Warum baut das dann nicht jeder so, wie ihr das da? Da habt ihr ja sogar einen Preis für gekriegt. Ist das schwer, das zu publizieren? Vom IKT in Gelsenkirchen 2014 mit dem goldenen Kanaldeckel ausgezeichnet. Das ist natürlich der erste Kanaldeckel, der natürlich auch den goldenen Kanaldeckel gewinnt, sonst würde es ja in der Regel für... Wäre ja schlimm gewesen, wenn ihr den nicht damit gewonnen hättet. Das ist ja der Preis schlechthin. Aber das ist ja eine Auszeichnung für Innovationen im Abwasserbereich oder Kanalbereich. Warum machen das aber andere nicht? Also ich kenne überall diese Ziehbahnen, Schachtabdeckel. Gibt es da eine Lobby, die sagt, ach hier, da verdienen wir sonst kein Geld mehr, wenn wir nicht mehr ständig die Deckel sanieren müssen? Oder wie kommt das? Also mir wurde schon am Kopf gehauen, dass ich mit meiner Denkweise die Wirtschaft in diesem Bereich kaputt mache. Das ist aber nicht so. Und wir haben bis zu meiner Rente zu tun mit diesem Thema. Aber das ist natürlich auch eine Preisfrage. Also solche extrem haltbaren Abdecken, die kosten schon deutlich mehr als ein Standortdeckel. Ja, sag doch mal, was kostet so eine normale Begu? Also Begu heißt ja Betongussabdeckung. Und im Vergleich zu diesem... Die sind ja im Bereich von 150 bis 200 Euro. Und Vollgussdeckel kostet so ungefähr 300 Euro. Und in unserer Abdeckung kostet nochmal 200 Euro mehr. Wenn du da so 40 Hechte im Straßenbau hast in deiner Baustelle, dann ist das schon mal ein Kostenfaktor. Aber ich finde, ich gebe lieber die 200 Euro mehr aus. Und habe dann aber bis zum nächsten Straßenbau Ruhe, weil schon alleine mit der ersten Sanierung ist das Geld ja futsch, was ich da eingespart habe. Das ist so, ja. In dem Fall hätte ich die Zuber zweimal sanieren müssen mit den klassischen Varianten. Gerade im Haupt- und Bundesstraßenbereich ist so eine enorme Belastung und das Sparen mit Zukunft ist wirklich... Wir haben das mal hochgerechnet. Das geht wirklich in den Millionenbereich, die wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einsparen, durch diese haltbaren Deckel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Deckel... Ich sehe den jetzt hier gerade. Ich habe mir den mal aufgemacht. Ich habe den davor noch nie gesehen. Der ist auch relativ unbekannt noch in Deutschland. Würde empfehlen denn auch keinen? Also auch auf Messen oder sowas. Und ich bin häufig auf Messen, also vor Corona natürlich. Oder allgemein auch bei Betreibern und so. Ich habe das echt noch nie gesehen. Ich habe mal eine Frage. Ich kenne, bei manchen Städten ist es so, dass die praktisch, die haben ihre Schachtabdeckung und die ist umpflastert. Das ist halt praktisch recht eng. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Warum machen die das? Also ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, warum die das machen, aber manchmal sehe ich das halt. Ich will generell da... Man muss ja immer ein bisschen produktneutral sein. Das kann ich mittlerweile gar nicht mehr sein, um da überhaupt in diesem Thema voranzukommen. Aber ich finde es einen unfassbaren Aufwand. Jede Fuge muss da mit Heißbitum vergossen werden. Es ist schwer zu handeln. Es ändert aber nichts an der Bauform der Abdeckung. Die kann trotzdem nach unten wegsacken. Auch wenn ich diesen Bereich um den Deckel mit solchen Steinen auslege, was ich erst mal optisch in der Straße jetzt nicht schön finde. Für die nachtägliche Sanierung ist das vielleicht in gewissen Gemeinden okay. Aber ich finde es auch... Das ist nicht billig, das System. Aber der Deckel an sich ist trotzdem noch zylindrisch und kann nach unten wegfeifen. Da habe ich vielleicht keine Schäden im Umfeld der Abdeckung. Aber das System an sich ist das Gleiche. Warum machen die das jetzt? Damit die das einfach reparieren können, falls er mal absackt? Ja, weil der Asphaltbereich um den Schachtdeckel, der bricht ja auch häufig aus. Das hat auch Gründe, weil genau da der Fertiger ausgesetzt hat oder mal einen Handeinbau gemacht hat. Das heißt, der Asphalt ist nicht mit der Verdichtung eingebaut worden, wie es eigentlich gefordert wird. Und dann fangen Anfälle an, rumzuschustern, sich da irgendwas zu überlegen, irgendwelche Steine. Es hat alles seine Berechtigung. Mag auch sein, dass das in einem oder anderen Fall hält. Aber es ist nie so, dass es für die Ewigkeit... Wir wollen für die Ewigkeit bauen. Und wie gesagt, wir hatten so einen Fall schon, einen schlimmen Schadensfall in Dresden. Das hat uns alle nochmal wachgerüttelt. Es ist zum Glück gut gegangen. Aber sowas wollen wir nie wieder erleben. Um uns nochmal auf den Holzkeil zu sprechen zu können, das Thema hatten wir ja ganz vor uns aus den Augen verloren. Wenn man den Holzkeil unter einer Abdeckung einmördelt oder die Abdeckung mit dem Holzkeil auf Höhe bringt, irgendwann saugt er sich mit Wasser voll. Das heißt, Volumenvergrößerung. Der Rahmen wird an sich locker. Das ist nicht der Deckel, der am Rahmen klappert, sondern der ganze Rahmen kriegt ins Spiel. Und dann kann es passieren, dass der Deckel, der wirklich so irgendwie fast 90 Kilo wiegt, wenn da ein 40-Tonner drüberfährt mit einem relativ schweren Anhänger, dann gibt der Alkw dem vorne einen Trall und der Anhänger, der wippt den wirklich aus dem Deckel raus, dass da schief drin steht. Und dann können zum Beispiel die schlimmsten Unfälle passieren, wie man sie sich nur vorstellen können kann. Bei Personenschäden hat man automatisch mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Ich meine, da habe ich ja mal gehört, wenn man eine gewisse Mindestgeschwindigkeit hat, braucht man auch gar keinen Schachtdeckel im Loch. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich habe mal gehört, so ab 70 Stundenkilometern ist der Dämpfer nicht mehr so schnell, dass du einfach drüberfahren kannst und es gar nicht merkst. Es gibt ja auch Schachtabdeckung mit einem Meter Durchmesser oder große Flächenabdeckung. Ich glaube nicht, dass du es auch wieder dann schaffen musst, da drüber zu gehen. Ich rede vom, egal, das ist aber nur ein Mythos. Deswegen, das ist jetzt auch das Wichtige, jetzt kommen wir mal von einem faktischen, einem Schachtdeckel zum emotionalen Part. Wir haben zwischendurch schon mal so gesagt, so, ja, du hast auch zum Beispiel mit dem Pflaster gerade gesagt, das findest du nicht schön. Oder du hast zum Beispiel vorhin gesagt, bei dir kommen keine Klappdeckel rein. Du hast wahrscheinlich auch eine fachliche Begründung. Aber ich sage dir, es gibt genug Kommunen, wo du hinkommst, wo das einfach auch nicht mehr fachlich wichtig ist. Sondern du bist ja auch mit deinem Instagram-Profil, könnt ihr alle Zuhörer vielleicht auch mal gucken, Deckel-Kalle heißt dein Instagram-Profil. Und da geht es ja auch nicht wirklich um das Fachliche am Schachtdeckel, sondern um das Design, um auch die Emotionen an dem Ganzen. Also ihr habt ja auch viele Schachtdeckel bei euch, wo euer Logo drin ist. Das ist quasi euer Aushängeschild. Wie wollt ihr vom Burger wahrgenommen werden? Was du gerade sagtest, zum Beispiel, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Kanalarbeiter ein gewisses Verhältnis zu ihrem Schachtdeckel-Lieferanten haben und sagen, deswegen bei mir kommt nur Akku rein. Oder bei mir kommt nur St. Gobern, Mayerguss und Ars Amsbeck. Das sind so die vier großen, die ich so kenne. Hydrotech noch sozusagen, um hier nicht Werbung zu machen sozusagen. Und das habe ich manchmal auch das Gefühl, das ist da auch nicht so sehr um die Fachlichen, sondern auch um das Emotionale am Schachtdeckel geht. Wie ist das bei dir so? In der Burgers Region, da ist wirklich nur der eine Hersteller. Aber das ist ja dann eine Art Monopolstellung, das dürfen wir nicht. Wir müssen alle Hersteller gleich beachten. Das ist natürlich unseren Deckel. Der wird dann nur von einem Hersteller hergestellt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch nichts Vergleichbares auf dem Markt, was da jetzt irgendwie... Also es gibt schon jemanden, der den etwa nachgebaut hat. Da gab es schnell schon eine Kopie. Aber das ist jetzt nicht die Qualität, wie bei dem einen Hersteller, wo wir das herstellen lassen. Aber man muss alle Hersteller gleich behandeln. Es sind ja alle irgendwo nach gleichen Normen, Regelwerken hergestellt. Aber es ist schwierig, da alle gleich zu behandeln. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber es gibt hier und da auch kleine Nuancen, die man beachten muss. Aber um nochmal auf die Wappendeckel zurückzukommen, wir haben halt den klassischen Wappendeckel mit dem Stadtwappen von Dresden. Und seit zwei Jahren wird zumindest um wichtige Gebäude im Altstadtbereich natürlich auch unser neuer Schmuckdeckel ausgelegt, wo alle Sehenswürdigkeiten von Dresden zu sehen sind. Also als kleinen Gag, weil das ja auch eine Art Sehenswürdigkeit ist, wenn man nach Dresden reinfährt, haben wir da unsere zwei großen Faultürme mit abgebildet. Das ist eine ganz lustige Sache. Man glaubt gar nicht, was das manchmal für Markenbotschafter werden können. Gerade der Berliner Wappendeckel, das war ja unser Vorbild. Wir wollten mindestens einen genauso schönen Deckel, wie die Berliner haben. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute Deckel fotografieren. Also der Berliner Deckel, den legen sich auch mittlerweile viele in ihr Privatgrundstück. Hoffentlich natürlich regelkonform beim Baustoffhändler gekauft. Und die irgendwo aus der Straße entnommen. Das kann schon manchmal auch so ein schöner Botschafter für eine Stadt sein. Gibt es schon tolle Deckel. Aber es ist eh so eine kleine Berufskrankheit für mich, dass ich im Urlaub auch mal auf die Deckel schaue und mir mal die Sehenswürdigkeit erst danach anschaue. Das fällt mir aber auch auf. Ich gucke auch im Ausland immer drauf. Und da fallen einem ja ganz spezielle Sachen so auf. Also was mir zum Beispiel auffällt, was man in Deutschland vielleicht nicht so weiß ist, diesen Begu-Deckel gibt es nur in Deutschland. Das ist wirklich so. Warum? Du sagst, wirklich habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist wirklich so. Echt nicht? Okay. Warum gibt es den Begu-Deckel nur in Deutschland? Jetzt deine Begründung. Tja, das ist weniger Gussanteil, billiger Preisdruck. Also ich habe schon tausend Erklärungen gehört. Das ist unter anderem eine. Ich habe auch schon gehört zum Beispiel, die Reifen rutschen da drauf nicht so. Der hat einen anderen Klang, wenn man drüber fährt. Der ist schwerer oder leichter. Wir haben zurzeit die Corona-Krise. Und wir haben am Dispatcher-Telefon und kriegen ja auch viele Meldungen über klappernde Deckel, wo wir uns derzeit noch drüber berümmert. Momentan ist zu beobachten, dass sind ja viele im Kulturbereich leider arbeitslos, muss man sagen, durch die Corona-Krise. Und jetzt melden sich relativ viele Musiker, die so ein feines Gehör haben. Ich habe jetzt ganz oft mit Musikern zu tun, die sich über klappernde oder störende Geräusche von Schachtabdeckungen beschweren. Das ist ganz lustig. Das ist krass. Heiner, Hegert. Ich habe zum Beispiel bei diesem Begu, Begu heißt ja Betonguss. Also wenn er es kennt, das kennt ja jeder Deutsche. Man hat 16 Löcher. Die sollen genau 150, wie so ein 150er Rohr zum Schachtdeckel belüften. Ungefähr 160 sind es. Nicht echt, dass du das weißt. Ja, wir wissen das ja, weil wir ja beruflich damit zu tun haben, weil wir diese Schachtdeckel einsetzen, dass da kein Wasser reinläuft haben. Da ist es immer wichtig, dass man die Belüftung durchsetzt. So, und jetzt habe ich zum Beispiel mal die Begründung gehört, Adolf hatte im Zweiten Weltkrieg keinen Stahl mehr. Und deswegen hat man da Beton ausgegossen, um das noch hinzukriegen. Nee, nicht ganz. Das ist schon teilweise in 30er, 40er Jahren gemacht worden. Da hast du recht. Aber diese Deckel hatten dann eine Holzfüllung mit Eichenholz, in ein Teer eingeschlemmt. Die gibt es teilweise noch ungefähr 10 Stück in Dresden. Die halten immer noch. Wir haben auch ein paar ausgebaut, die wir ins Museum genommen haben. Also es gibt wirklich Deckel, die haben eine Holzfüllung. Und die halten seit 100 Jahren durch. Im Verkehr. Das ist unfassbar. Krass. Also das war einfach die Materialeinsperrung. Die brauchten den Guss für die Rüstung, für Kriegsmaschinerie etc. Das sind so verrückte Storys, die man dann hört. Aber mir konnte noch niemand wirklich die Historie so erklären, warum haben wir Betongussdeckel und die anderen nicht? Das ist logisch der Preis. Sind die wirklich billiger, weil einfach Beton ist billiger Werkstoff. Und ja, das ist der Hauptgrund. Gibt es keine Ahnung. Warum machen die das im Ausland nicht? Tja, keine Frage. Ist dir schon mal aufgefallen, dass im Ausland kaum Deckel mit Lüftung offen zu sehen sind? Das wäre das Nächste, was ich gesagt habe. Naja, klar fällt uns das auf. Wir sind ja für Geruch bei Unitechnics. Das ist ja unser Hauptthema. Also Daniel und ich. Und das gibt es im Ausland nicht. Da habe ich mal eine ganz interessante Geschichte. Da waren wir aus Israel bei uns am IFAD. Also IFAD ist ja diese Leitmesse. Da saß jemand aus Israel, zwei Leute, und einer aus Deutschland. Und dann haben wir uns auf Englisch unterhalten. Und dann hatten wir so eine Lüftungsöffnung in Schachtabdeckung. Und da hat er aus Israel erzählt, nee, wir haben ja keine Lüftungsöffnung. Da würde es ja rausstinken. Das gibt es in Israel überhaupt nicht. Nee, nee, die sind alle geschlossen. Und dann ist der Deutsche auf einmal so total geschockt. Wie? Ihr habt keine Lüftungsöffnung im Ausland? Hä? Das ist ja total verrückt. Dann stinkt es ja überall so. Und weißt du, so total andere Einstellungen dazu. Und ja, wir kennen das halt beigebracht. Man braucht Belüftung, damit es nicht stinkt. Und die im Ausland sagen, ja, wir können doch keine Belüftung machen, sonst stinkt es doch. Also das ist total... Also ich kann mich immer wundern, gerade die ganzen Mitteleuropäen, ja, Mittelmeer, die Länder, die haben ja überhaupt keine Lüftungsöffnung drin. Und das herrschen ja Temperaturen von 40, 45 Grad im Sommer. Und dann im Winter tat ja auch der Schmutzworschachstegel, der friert ja nicht zu, weil da eine gewisse Hitze im Schacht ist. Ich will gar nicht wissen, wie diese Schächte aussehen, wenn man die öffnet. Schlimm, schlimm. Es müssen ja Kanalbegehungen, Inspektionen durchgeführt werden. Wenn du dann nie eine Belüftung hast, du kommst ja um in dem Kanal da unten. Und da muss ja alles auch korrodiert sein. Also keine Ahnung, was für ein Zustand die Netze sind. Wahrscheinlich macht sich da keiner Gedanken. Ich bin auch ein Fan von geschlossenen Abdeckungen. Ich war da schon mal in Spanien dazu. Es sieht wirklich an manchen Stellen schlimm aus, aber in den Innenstädten ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich. Feuchtigkeit macht gar nicht so viel aus. Aber es gibt Bereiche da, wo Wasser länger steht und so. In Spanien, wo das so schlimm ist. Was die Spanier halt nicht so viel machen, ist das Wasser durch die Gegend zu pumpen. Da gibt es nicht so viele Druckleitungen. Die haben nur Erhöhungsstationen. Das bauen die von vornherein gar nicht so oft. Also Druckleitungen so weiter, was wir hier viel haben in Deutschland. Und dafür gibt es ja dann den Bio-Fürder, den wir dann, bevor wir einen geschlossenen Deckel einlegen, für einen natürlichen Bio-Fürder einbauen, weil dann immer noch ein bisschen die Belüftung gewährleistet ist. Vielleicht nicht mehr so 100 Prozent. Könnt ihr dazu als Experten was sagen, wieso die Belüftung ist von dem Schach mit so einem Bio-Fürder der Durchsatz? Ja, wir können dazu was sagen, aber die Belüftung ist natürlich eingeschränkt. Es gibt ja ja Tests auch vom IKT, wo du diesen goldenen Kanaldeckel, das ist ja ein Zubehör, den man anstatt von so einem Schmutzfänger da drunter setzt. Und die Restentlüftung ist vielleicht noch 50 Prozent. Man hat so einen Trade-off. Umso mehr du filterst, umso eher hast du natürlich einen Filterwiderstand und so viel Luft. Aber es ist noch die Gelüfte. Also es ist nicht so, dass der Schacht so schwitzt durch den Filter. Das ist aber so mein Bauchgefühl. Es ist an vielen Stellen, hilft das besser, als einen verschlossenen Deckel draufzubauen. Obwohl die auch nicht ganz dicht werden. Also eine mineralische Beschichtung oder Kunststoffauskleidung von so einem Schacht, wenn das dann mal alles hinüberkorrodiert ist, die ist nie ohne vom Preis her. Da hat man nichts gewonnen, wenn man einen geschlossenen Deckel einbaut. Also das ist auf jeden Fall was, was viele Kommunen nutzen, da so einen Schachtfilter reinzusetzen. Ihr habt ja auch ein paar im Einsatz wahrscheinlich gerade, wo das mal hier an der Frauenkirche bei euch ist. Das ist ja auch manchmal ein Problem, dann Fettabscheider und so weiter. Also im ländlichen Raum ist es auf jeden Fall so, dass die Schächte immer nur noch korrosionsbeständig saniert werden. Ja. Und es nützt ja auch nichts, gerade wenn man nur einen 70-prozentigen Anteil vom Milchwassernetz in Dresden, der Rest ist ja am Trennensystem, Regen und Schmutz. Da nützt es auch nichts, wenn man da einen geschlossenen Deckel einbaut. Dann riechst du links und rechts so eine Straßeneinläufe raus. Das bringt dir dann auch null Punkte. Ja. Wie ist denn das? Wie lange machst du jetzt eigentlich schon deinen Instagram-Kanal? Um da vielleicht nochmal drauf zu kommen. Wir haben ja jetzt viel fachlich und so gesprochen. Du bist ja quasi da auch schon unterwegs. Wir machen das ja erst seit wir jetzt einem Jahr. Wir haben 226, 228 Follower jetzt schon, die uns da irgendwie folgen und angucken, was wir da so posten. Du hast ja quasi über 1000 schon. Was können wir von dir lernen? Was können wir von dir lernen? Und du machst ja jeden Tag, postest du glaube ich einen neuen Schachdeckel? Oder wie kommst du zu deinen Inhalten? Also ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren und ich bin selber überrascht, was das für eine Resonanz hat und was ich da so verrückte Sachen überhaupt schon entdeckt habe, die schon meinen Horizont erweitert haben. Also ich habe das, das ist ein Hobby von mir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ansatzweise mehr als 50 oder 100 Leute dafür interessieren. Mittlerweile gehe ich jetzt langsam auf die 1800 zu. Ich mache da gar nichts viel dafür. Also die 80 Prozent der Deckel, die ich da hochgeladen habe, habe ich einfach nur eine Plattform gesucht, wo ich meine ganze Sammlung mal zeigen kann oder für mich mal in Erinnerung holen kann. Weil im Computer verschwindet sie. Und ich habe dann auch nicht für Instagram entschieden, um da die Deckel einfach hochzuladen. Dass das so eine Resonanz hat, hätte ich nie im Leben erwartet. Und machst du dann jeden Tag einen neuen Deckel? Kann man das bei dir so sagen? Oder wie ist das? Das schaffe ich mittlerweile nicht mehr. Auch durch Corona kann man ja auch nicht mehr reisen. Man kann man kaum in andere Orte. Das heißt, ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich so in Dresden finde. Das finde ich aber tatsächlich immer noch was Neues, aber auch nicht jeden Tag. Was ich jeden Tag mache, ist, dass ich mir von einem anderen Profil... Ich bin ja nie alleine mit diesem Hobby. Das musste ich ja auch erst mal lernen. Ich dachte, ich bin da ein Exoter. Es gibt da schon eine ganze Menge, weltweit, die dasselbe Hobby haben. Gerade in Japan. Wahnsinn, was da abgeht. Also die ganze Bevölkerung gefühlt tut da die Deckel fotografieren, die da auch wunderschön aussehen. Aber in Japan sind die richtig so mit Mosaiken ausgelegt, die Schachdeckel, habe ich gesehen. Ja, voll farbig gestaltet. Aber nie nur um wichtige Gebäude, sondern Flächendeckend sieht das da so toll aus. Wir haben teilweise ihre Stadtgeschichte damit nachgeschrieben. Nee, ich tue halt so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal einen Deckel hochladen, den ich für gut befinde. Und mittlerweile kriege ich auch hier und da mal einen Deckel zugeschickt, wo ich vielleicht sonst nie in meinem Leben hinkommen würde. Wenn die besonders schön sind, dann übernehme ich die natürlich auch gerne. Ich habe zum Beispiel einen Deckel fotografiert. Ich war ja, das ist, wo du vorhin sagtest, wir gucken zuerst die Schachdeckel an. Ich war im Vatikan. Wahnsinn, ja, der fehlt mir noch. Den schicke ich dir zu. Den habe ich, ich kenne den Herrn Behrendt von der Stadt Erfurt, der sammelt übrigens auch Schachdeckel. Und dem schicke ich immer welche zu, wenn ich welche habe. Aber mache ich jetzt bei dir auch. Und dann war ich im Vatikan. Das ist mittig von Ockmann ohne Füße. Ja, muss ich mal gucken, wie der aussieht. Ich habe schon ein paar Bilder davon gemacht. Nur musst du schneiden. Jedenfalls, man denkt ja, ich gucke mir die ganzen Michelangelo-Figuren an. Nee, was mache ich? Ich gucke nach unten und fotografiere den Schachdeckel. Einen goldenen Schachdeckel haben die da im Boden. Und ich denke dann schon gleich an diese Bücher hier, Sakrileg und so, wo du denkst, da unten sind die Katakomben, wo, wenn man das, wenn man so immer hört, so gibt es ja die Bücher, wo dann denkst, da sind die ganzen alten Päpste so vergraben. Und dann denk mal, was ist da unten alles so? Also das fand ich total spannend. Und meine Frau hat halt gedacht, hä, warum fotografierst du jetzt da den Schachdeckel? So ähnlich war das auch immer angeschaut. Ich kenne das. Du bist nicht allein mit deinem Problem. So und dann müssen wir jetzt hier mal einen Aufruf noch starten für deine Instagram-Seite. Also alle Zuhörer, Deckelkalle, followen. Und wenn ihr einen geilen Schachdeckel seht, an den Dach schicken, immer rüberschicken irgendwie. Ich weiß nicht, wie man dir das schicken kann. Es gibt wirklich wunderschöne Schachdecke. Hast du da eine Adresse drin, wo man dir die hinschicken kann? Über die PN-Nachricht einfach. PN-Nachricht, okay. Also ich gebe bei Instagram einfach eine Nase schicken mit dem Bild. Ach, das geht. Ja, okay. Also man kann nicht nur Text, okay. Was ich da alles schon entdeckt habe? Also da gibt es wirklich welche, die T-Shirt-Drucker, es gibt welche, die Plätzchen backen, es gibt welche, die machen mit dem 3D-Drucker Kanaldeckel als Weihnachtsschmuck. Mich hat ein New Yorker Künstler angeschrieben, der sich von einem gewissen Deckel inspiriert hat. Der hat da draußen einen Ring gegossen. Ich bin darauf gestoßen, dass es in Italien ein internationales Kanaldeckelmuseum gibt in Ferrara. Ganz tolles Ding mit 150 ausgestellten Schachdeckeln. In Frankreich gibt es einen Verein. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der nennt sich, wie heißt der jetzt genau, Dolologen, der Verein der Dolologen. Okay. Also wenn man einen Kanaldeckel fotografiert, gehört man ja zu den Drehensportern. Ah, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Verein Dolologi heißt der. Und zwar www.lupi.ch L-U-P-I .C-A-H musst du mal eingeben. Oder müsste man mal gucken. Und das ist ein Verein aus der Schweiz und der hat sich das Wort erfunden, Dolologi. Die Dolo, Dole, Kanal-Dole. Und Logi halt die Wissenschaft von der Kanaldeckel. Und der ist ein Verein und die kümmern sich so um Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz und verschiedene Sachen und machen da auch so Führungen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass da sogar ein Verein geht, wo man dann sich als Dolologe mit anmelden kann und so weiter. Und ja. Die Wissenschaft am Tor zur Unterwelt. Ich habe schon mal gehört, dass einige Länder ihre Deckel als Dole bezeichnen, ja. Die Wissenschaft am Tor zur Unterwelt. Ja, genau. Das ist auch so. Und dann hatte ich gestern oder bei Instagram habe ich letztens ein Bild gesehen. Da hat einer so einen Schachdeckel, so einen Klappdeckel zwar, aufgemacht und dann so einen roten Teppich auf den Schachdeckel zu mit so Außenbegrenzung. Das ist so der Eingang so zum Schachdeckel hin. Ja, das ist ein Künstler aus Frankfurt am Main, glaube ich. Den kennen wir auch. Der hat ganz verrückte Sachen. Der hat zum Beispiel auch, es gibt da so die Krabelschachtabdeckung mit diesen Lüftungsschlitzen. Die hat er auch mit Toastbroten fotografiert. Das sieht aus wie im Toaster oder das Gartblatt nachgemalt auf den Deckeln. Also es sieht Wahnsinn aus. Es gibt doch, gibt es nicht auch so diese Figur, die aus dem Schachdeckel kommt, so eine gegossene Figur? Ja, sie muss irgendwo in Pratislava sein. Das ist doch so das bekannteste Bild, was man so kennt. Genau, es gibt drei, vier Städte, die noch so ähnliche Sachen haben. Irgendwo in Niederlanden muss noch was sein. Es gibt auch noch, glaube ich, in Krakau oder in Danzig noch ein Kanaldeckelmuseum. Also es ist Wahnsinn. Diese Welt der Schachdeckel fasziniert doch einige mehr, wie ich dachte. Und es gibt auch ganz tolle Künstler, die so ihre Street-Art-Graffiti-Kunst mit dem Deckel verbinden. Wahnsinn, was man da für Ideen, was da Menschen für Ideen kommen. Oder Collagen werden gestaltet oder es werden Kissenbezüge. Ich habe zum Beispiel ein Kanaldeckelkissen zu Hause. Das ist mein Lieblingskissen. Okay, das ist auch schlecht. Ich habe übrigens den Vatikandeckel gerade hier nebenbei gefunden. Da steht auch was mit Anno Domini und so weiter drin. Den beam ich dir dann mal rüber. Den kannst du dann bei Deckelkalle mal posten und so weiter. Aber sonst ist das nichts mehr als ein Hobby von mir. Ich lege da gar nicht so viel großen Wert drauf oder so viel Zeit damit zu verbringen. Aber es ist lustig, wie sich das entwickelt hat und was man da so für Menschen kennenlernt. Das ist wirklich interessant. Das finde ich lustig. Ja, also dann würde ich sagen, folgt alle dem Deckelkalle mal bei seinem Instagram-Profil. Schickt ihm jede Menge neue Schachdeckel zu. Wenn wir nicht reisen können während Corona, müssen die Schachdeckelbilder halt zu ihm kreisen. Bitte ohne Füße drauf. Von oben zentral drauf fotografiert, hat er gesagt. Sehr gut. Ohne Füße. Ja, die fotografiert das ja mit Schuhen. Das mag ich nicht so. Also vor allen Dingen, wenn es keine Arbeitssicherheitsschuhe sind. Das ist noch ganz schlimm, wenn man immer sieht, Schachdeckel hochheben. Ja, und dann gibt es ja außenrum noch jede Menge Sachen, die wir noch thematisieren könnten. Schachdeckel, Heber, welchen muss man dann nehmen? Dann gibt es, welchen Mörtel muss man verwenden? Was weiß ich, Klappdeckel, nicht Klappdeckel ist auch so ein Emotionsthema. Wie muss die Einbindung vom Kanal sein? Genau. Das finde ich. Und so weiter. Also das sind alles. Ich könnte einen ganzen Tag drüber reden. Aber so mit Ausheben, das ist ganz gut. Ich hebe einen ganzen Tag die Deckel aus. Das geht schon irgendwann nur über den Rücken. Da habe ich mir in den letzten Jahren so einen Deckelausheber besucht, wo ich das alleine machen kann. Das ist schon ganz gut. Das ist Rückenschonend. Das kann ich jedem empfehlen, wenn man bis zur Rente durchschalten will in diesem Segment. Also da findet man ja online verschiedenste Elemente. Wenn man dich jetzt persönlich, müssen wir ja irgendwie zum Abschluss kommen. Wenn man dich jetzt persönlich mal treffen will, du gehst ja auch, hältst ja auch verschiedenste Vorträge, oder? Ja. Wo sieht man sich das nächste Mal? Oder wahrscheinlich, wenn Corona mal uns das zulässt, wo sieht man dich das nächste Mal und kann dich mal live spielen? Live zumindest. Ja, die ersten Webinare habe ich auch schon abgehalten. Das nächste Mal ist auch bei den Göttinger Abbausertagen. Das ist wann? Jetzt nächste, geplant zumindest. Ich glaube im Februar irgendwann. Das genaue Datum weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Die Anfrage ist ganz frisch aus reingekommen. Göttinger Abwassertage, ich gebe es mal ein hier. Auf alle Fälle ist Wahnsinn, die Resonanz manchmal nach solchen Vorträgen ist gigantisch. Also da kriege ich so viele E-Mails oder Anrufe. 23.24. Februar. Wirklich ein Thema, was viele beschäftigt. Naja, das ist halt das Einzige, was wirklich der Bürger sieht. Und das wollen wir, das ist 4LV, unser Anschauungssystem. Und jetzt schauen wir mal, wenn ihr irgendwas dazu beizutragen habt, schreibt uns hinterher in die Kommentare. Daniel, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eigentlich so viele Fragen, aber wir haben schon sehr, sehr viel Zeit jetzt verbracht. Ich wollte euch auch nicht unterbrechen, weil ihr so gut im Klo wart. Das ist echt unglaublich. Ich habe auch an der Oberfläche von diesem Thema gekratzt. Und es war eigentlich uninteressant. Man muss eigentlich noch mal eine Folge, eine Anschlussfolge irgendwann machen, Daniel. Da müssen wir uns noch mal austauschen, wo wir dann ins Spezielle gehen. Wenn euch irgendwie ein Thema beim Schachdeckel noch näher interessiert, schreibt uns das doch mal in die Kommentare rein, unter der Folge oder uns auf unserem Instagram-Channel, wo wir sagen, da muss man mal tiefer drauf eingehen. Oder vielleicht sagt ihr auch, der Daniel, das ist alles Quatsch, ich nehme nur Klappdeckel bei mir oder bei mir maue alles zu. Ich maue alles zu oder Schachdeckel-Lüftung interessiert mich nicht oder wie auch immer. Schreibt das doch einfach mal rein. Ja, wir würden uns über ein paar Kommentare freuen. Der Daniel bei sich auf dem Instagram-Channel auch. Ja, und dann würde ich doch sagen, Hast du noch was, Daniel, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie irgendwo in so tiefen Deckeln, zum Beispiel in Dresden, dann melden Sie den uns einfach. Bei 45.000 Deckeln kann man überall seine Augen haben. Einfach anrufen, er wird zeitnah repariert. Wo rufe ich an? Laut uns bei unserem Dispatcher-Telefon oder über die E-Mail, über die Homepage Stadt und Wässerung Dresden. Findet man da einfach. Und dann sagt man hier, Deckel, Straße sowieso ist zu tief. Brauchen Sie sich auch nicht schämen, alles gut, einfach anrufen. So viel Deckel kannst du nicht mit einem am Blick haben. Dann kommt der Daniel Kallweiter vorbei und macht es persönlich, organisiert das, dass es läuft. Oder Herr Kollege. Ja, ich habe übrigens noch ein Thema, das müssen wir beim nächsten Mal besprechen, Daniel. Sensoriken im Schachdeckel. Aber jetzt ist Schluss. Oh ja, das Thema kommt auf uns zu. Genau. Also Klaus, hast du noch sonst irgendwelche letzten Worte? Nö, ich würde sagen, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Danke, Daniel. In diesem Sinne Schnittgerinne. Oder so. Gut. So, ciao, Leute. Ciao. Schönen Tag euch. Ciao. Ciao.